Ich grüße euch. Ja, man sieht schon, dass wieder vieles verändert worden ist, aber auch wieder nicht alles. Wenn ich mir das so anschaue, muss ich halt sagen, hier ist gar nichts zum Guten gemacht worden. Ganz im Gegenteil. Und ja, euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag.